Hallo hier Leute, weiter geht's mit dem Pet-Leveln. Ja, Pet-Leveln. Wir sind bei 909.000 Erfahrungen. Und ich hab ein paar Questen hier noch. Ich bin gar noch getarnt. 15 Sibiloniten. Okay, nochmal Autosammler-Modus ein. Dann sammeln wir das schön alles ein. Ich hab jetzt mal in den 2D-Modus gestellt. Einfach, um zu gucken, wie das aussieht. Wie das so ist. Wie sich das so anfühlt. Hierbei brauche ich auch noch hier Lordakias. Und, äh, genau die. Für ein anderer Quest. Hey. Nicht so, nicht so zügig hier. Äh, warte, die ist. Jetzt hab ich, ja, komm. Ich geh mir nicht auf den Sack. So. Ja. Ich geh kurz. Bisschen Schild an. Nee, der Boss will ich nicht. Der macht Schaden. Ähm. Ja. Da. Haben wir sie. Okay. Ich. Nicht abhauen. 30 Lordakias, und, äh. 3 Lordakiums. Äh, 15 Lordakiums. Nicht 3. Mh. Mh. Mach mir erstmal diese Beleboniten fertig, glaube ich. Und zwischendurch halt die Lordakias schießen. Dass wir dann in den Dänder noch die Darkyums töten müssen. Hey, nicht abbauen. Das ist scheiße. Dankeschön. So. Aber, äh, so weit. So gut. Die platzen ganz zügig. Mit Einsam-Munition sogar. Jetzt habe ich zwei Boss-Sibioniten sogar hinter mir. Das gefällt mir noch nicht. Den Skin will ich haben. Den grün. Das ist cool. Ich habe das Alpha-Gate übrigens jetzt mit fertiggestellt. Das heißt, das Beta-Gate und ein neues Alpha. Steht schon wieder. Ist gut, ne? Kristallinchen haben wir auch noch. Und Kristallon. Als Quest. Opfer 3-7. Das kriegen wir auch noch hin gleich. So. Kurz. Appariert. Oh, das will ich haben. Das ist gut. Du sollst sammeln, du Penner. Ja, das Sammler-Gee habe ich, glaube ich, das Einsam. Das ist richtig grottig. Wenn, dann bräuchte ich ein schönes... Ach komm, schießen wir den jetzt her. Wenn, dann bräuchte ich so ein schönes Stufe 3 und ein paar Reichweiten-Protokolle. Das wäre cool. Das wäre richtig klasse. Das wäre richtig klasse. So. Ah. Der braucht ein bisschen mehr. Oder? Na, komm. Das machen wir mal so. Sani hat hier wieder im Chat eine große Klappe. Der muss ein ziemlich armes Würstchen sein. Der hat hier... Der ist ziemlich... ziemlich groß ausgerüstet. Und hat... Schießt unsere Leute wie mich ab. Und meint dann, boah, ich bin so gut. Oder schießt uns sogar noch zwei Leute ab. Von uns so. Also von mir. So meiner Sorte. Und dann richtig, boah, denkt er sich, boah, hier. Ne? Ich habe dämmtliche Extras benutzt und so. Und boah, ich bin richtig gut. Den kannst du in der Sonne drehen. Das ist kein... Ah, was ist denn jetzt los? Toll. Toll. Scheiße. Battle Map. Das ist doof. Ja. Ne, spring ich wieder rüber? Ja, natürlich. Ah, ich Idiot. Ich Idiot. Ich war doch schon drüben. Ah, ist so ein Katzen. Da. Toll. Ja gut. Da liegt dann noch so ruhig, außer zu schießen, ne? Lol. Wie geil ist das denn? Habt ihr das gesehen? Ich habe tatsächlich gewonnen. Lass mich doch jetzt durch. Das, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Wie ist das denn jetzt? Ja, da habe ich den ersten Kampf gewonnen. Und gleich mal wieder, äh... Dummerweise komisch verloren. Warum habe ich nicht einfach gleich zurückgeschossen? Ich Idiot. Ah, Mann. Ja, hätte ich sofort zurückgeschossen, hätte ich, äh... da wohl doch... besser gewinnt können. Traurig. Da greifen die an und können es trotzdem nicht. Ich weiß, dass ich mich noch gesehen habe. Das ist... Das ist ziemlich traurig. Ziemlich schlecht. Behaupte ich mal. Ziemlich schlecht. Aber gut. Mich nervt es jetzt einfach nur, dass ich geplatzt bin. Ich steige fest, nicht weitermachen kann. Und dass ich eigentlich erst geschafft hatte... Ja, ich habe wieder... Ich habe die Tastatur gehämmert. Man sieht es oben im Lock. Eigentlich hätte ich, äh... da... Ich habe denjenigen geploppt. Komischerweise... war derjenige dann sofort wieder da. Auf der Stelle. Das... finde ich nicht... nicht so richtig. Oder vielleicht war es ein anderer Member. Naja. Hier hätte ich meine Tarn-Tribbles einbauen können. Scheiße. Habe ich das? Nee, habe ich nicht. Kacke. Gut, dann... machen wir erstmal einen 3-7-Beiterm-Kampf. Eigentlich bin ich... ziemlich stolz. Ersten Kampf gewonnen. Oh, nicht schlecht. Vielleicht kennt ihr jemand. Die Kack-Affen. Nervt mich jetzt. Na gut. Weiter geht's. Gryso schießen. Den mache ich jetzt mit X2. Brauche nur einen. Und ein Crystallinchen brauche ich. Ein paar. Ich glaube 40 oder so. Oder mehr. Aber die sollten auch... zügig platzen. Na da ist er da. Darkium. Er hat uns nichts gebracht. Oh, hört auf, um mich zu schießen. Habt ihr das Schild gesehen? Was da benutzt wurde? Ne? Ich glaube, das war ein Insta-Schild, oder? Tja. Und trotzdem... Trotzdem nichts. Trotzdem hat das nicht funktioniert. Fand ich ganz cool. Das finde ich ganz stolz aus. Wenn ihr den sanitären Reinigung da seht, sagt ihr mal, er sollt ich noch zahlen. Wenn ihr irgendwie verfeindeten Clan seid von ihm oder so. Tu mir mir da bitte einen Gefallen. So ein Shed-Hero. Eglich. Tja, gut. Was ist das hier? Schießen wir den? Ja, komm. Schießen wir, oder? Komm. Wenn wir schon dabei sind. Eigentlich würde ich da gerne mal direkt mit reinschreiben, aber... Hinterkommt das doof für den Clan. Doof. Hopp. 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 Kommt da was raus? Jawoll. Was auch immer das war? Hybrid-Legierung. Ja, schön. Die Quests machen wir jetzt fertig. Was gibt's da als Belohnung? Naja, nicht ganz so viel. Gut. Einladung von... Einladung? Oh. Wo kommen die Leute her? Was sind das für welche? 5-2. Wieso hat der mich eingeladen? Kenne ich da vor allem? Nö. Ich bin 5-2. Die sind alle einfach 5-2. Ich würde behaupten, das ist nicht meine Klientel eigentliche. Das sind doch EEC. Okay. Okay. Mal gucken. Mal gucken. Einfach mal in der Gruppe bleiben. Gucken wir, ob jemand schreibt. Ich müsste bis Sonntag das All von uns Räder fertig kriegen. Das ist eine Kacke. Nächstes Krisy. Los. Zwei brauche ich noch. Oh, das ist ein Roskristall. Das ist aber Kacke. Dich. Dich mit Dich haben. Oh, schön angeschossen sogar. Ja, hast du rein. Quest geschafft. Hey. Nicht. Wir folgen. So, was machen wir noch? Ach komm, gehen wir wieder auf die 5-1 zurück. Lass uns doch nicht hier runterkriegen. Äh, und schließen wir so. Die machen wir noch fertig. Die Boxen bringen einiges an Oredium zwischendurch, wenn mein Pad mal nicht im Passivmodus die ganze Zeit gehen würde und sammeln würde, aber mit dem Sammeln ist das Problem einfach, dass es so, so low. Also, so, eine Stufe 1 beim Sammeln ist echt kacke. Was war das jetzt? So. Da. Warum schießen wir mit zwei Munitionen jetzt mit? Den Müll. Weil? Ist auch mittlerweile... Ah gut, für das Montagewerk ist immer gut. Für das Montagewerk ist eben immer gut. Was bist du? Der wird angeschossen. Könnte sogar meiner sein. Soll ich mal gleich reinschreiben? Fragen, ob das alles Erdys sind? Könnte ich ja, ne? Fünf, drei. Ja, gut. Ja, gut. Aber weg. Ausgelockt. So. Fünf Stück noch. Guck. Guck. Jetzt geh in Autosammler-Modus. Pänner. Pänner. Ja, doch nicht die, die ich haben möchte. Einmal mit Profis arbeiten. Was ist hier? So. Den nehme ich mir jetzt. Gar nicht mehr. Hoffe ich. Darf ich. So. Pets sammelt tatsächlich fleißig, diesmal. Ähm. Bestimmt, ich muss nur auch auf die Web davon hingehen. Gucken, ob ich dann auch die Barracuda-Quest fisch. Äh. Wenn's allerdings keine VUs sind, wäre das vielleicht sogar kacke. Nochmal Montagewerk. Da freu ich mich auf die Gates. Dass ich da dann vielleicht einiges an Extras gedoppt bekomme. Muss ich mir noch einen richtigen Stand-Kompi für machen? Nee, auch ich, komm, auch ich da da kümmern, das mach ich mal anders. Nee, wann anders, nicht jetzt. Zwei Stück noch. Da los. Und? Ich schaff' mein Pad dann mit Stufe... Nö. Nö. So. Vierzig Krisis. Ein paar Lordakias. Komm. Machen wir jetzt noch. Was? Machen wir noch. Was? Nö, komm. Nö, das bringt nichts. So, wenn wir wenigstens schließen, habe ich keine Lust drauf, weil... Nö. Oh, alle ganzen Boxen vorbei, aber ich bin gerade... ...bisschen beschäftigt. Ähm, dann nehmen wir... ...einfach die Krisis. Nö, haben wir gerade... ...doch, nee, da. Auf der Map 3,7... ...3,7 sind wir... ...die verseuchte Map... ...Autosammler ist drin... ...so, wir schießen jetzt so lange einfach weiter. Oder tun wir das? Was für eine Form gibt es denn? Ah, auch nicht so viel, ne? Komm. Machen wir den Krisis noch. Einfach alle schießen. Alles, was in die Quere kommt, wird wegerschossen. Der müsste ein bisschen mehr bringen, ne? Ich meine, den Krisis? Gute Frage. Das sehen wir dann jetzt gleich. Auf die 6er-Map müsste ich gehen. Da hat ich gerne ganz in den Boss-Krisis geschießen. Freuen sich die Leute wieder. Los, los, los. Ah, ja, heute bin ich nicht so redegewandt. Das am Anfang hat mich ein bisschen rausgehauen gehabt. Das, äh... Überraschungsangriffsmanöver, was ich dann auch noch irgendwie gewonnen habe. Und dann trotzdem geploppt bin, weil ich wieder rübergesprungen bin. Aber gut. Ich kann doch schon verploppen. 80.000. Oh. Na gut. Wir sind... Zwei Quests haben wir erledigt. Wir haben den ersten Kampf beschritten. Haben wir dann so gewonnen. Äh... Die nächsten Quests machen wir dann beim nächsten Mal. Die Barracuda-Quests, glaube ich, fange ich dann an. Hm. Vielleicht bekomme ich dann besser noch ein bisschen... Ein paar Booster. Ersteigert. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. Haut da rein. Tschüss. Wir werden es unter andenité,. Vielen Dank.